Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gute Anregungen gibt Ihnen der prächtige, dreusprachige Bildband, die schönsten Panoramen der Schweiz. Auf 102 Seiten hat es 63 meisterhafte Panoramaufnahmen mit speziellen Wandervorschlägen zum selber erleben. Die schönsten Panoramen der Schweiz. Der prächtige Bildband gibt es jetzt bei GOP zu einem einmalig günstigen Preis. Besonders geschätzt bei den Wanderern sind die Qualitätsprodukte als Zwischenverpflegung. Frommalp, der ideale Streichkäse und der feine Frommage-Dupet vom Bär mit dem Roland Delicatesse-Knäckebrot. Die Viando-Fleischspezialitäten aus dem Tessin und Midi-Mix-Pickles mit dem rassigen Essigaufguss. Und zur Erfrischung der spritzigen Äpfelsprudel. Für unterwegs Hollywood-Jubbingum mit Chlorophyll oder Fruchtaroma. Speziell für Sie, meine Damen, ist das nächste GOP-Angebot. Feine Strumpfhosen zu sensationellen Preisen im Multipack. Aber auch die Stützstrumpfhosen sind einmalig günstig. Und GOP bringt Ihnen diese Woche ein traumhaftes Angebot. Diese originellen Nachthemper und bequemen Frotte-Stretch-Pyjama für die grossen und für die kleinen Träumer. Alles in einer pflegeleichten Qualität. Diese originelle Nachtwäsche gibt es jetzt im GOP zu traumhaften Preisen. Und jetzt habe ich noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Einwohner in Düdingen. Das ist im Kanton Friburg. Morgen Morgen am 8 Uhr wird dort das neue GOP-Center eröffnet. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen guten Fürst für das GOP-Rezept der Woche. Guten Abend miteinander. Heute machen wir gefüllte Peperoni. Das aktuelle GOP-Frisch-Angebot. Für vier Personen haben wir vier Peperoni längs halbiert, im kochigen Wasser 10 Minuten blanchiert und gut abgetropft. Für die Füllung lassen wir 50 Gramm glasigbrotene Speckwürfel und 150 Gramm Zeebeli 10 Minuten gartämpfen. Dann 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, kurz mitdämpfen und würzen. Zu den gefüllten Peperoni geben wir 1 Deziliter Bouillon. Das Ganze lassen wir, das ist sehr wichtig, zudeckt 20 bis 30 Minuten garen. Nach weiteren 10 Minuten gratinieren, sind die gefüllten Peperoni parat zum Servieren. Vergessen Sie nicht, das Rezept steht diese Woche in der GOP-Zeitung. Einen guten. Wir danken für's Zuschauen und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und passen Sie jetzt noch auf die Aktionen auf, es lohnt sich für Sie. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP Nachfüllbeutel Mokagold 100 Gramm mit Koffein statt 94 nur 4,30. Ohne Koffein statt 5,40 nur 4,80. Bündnersalsitz Grisoni 200 Gramm statt 3,80 nur 2,95. Kuchenteig 500 Gramm statt 1,80 nur 1,40. 250 Gramm statt 95 nur 75 Krab. Und Blätterteig 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. 250 Gramm statt 1,5 nur 85 Krab. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Fanta 1 Liter statt 1,20 nur 75 Krab. Schweizer Frische Eier, die Schachtel an 6 Stück, nur 1,85. Trauben Uva Italia, das Kilo nur 1,80. Dann an der aktuelle Preisschlager. Bei GOP gibt es jetzt Alufolie 2 Rollen für nur 4,30. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch.